Yukon haben einen dicken, fetten Katalog rausgebracht. So viele Sachen, das gab es noch nie von dieser Firma. Keine Ahnung, Hüte, Schal, alles mögliche auf jeden Fall. Und Jochen wollte eigentlich die Sachen schön hier vorstellen, kann aber leider nicht hier sein. Deswegen schalten wir einfach mal kurz rüber zu Jochen und fragen ihn gleich mal, was eigentlich mit Yukon jetzt Sache ist. So, die Leitung steht. Hey Jochen, alles klar bei dir? Ah, Benni, du bist es. Ja, alles klar. Und bei dir? Schieß los mit deinen Fragen. Die aktuelle Kollektion ist ja auf jeden Fall die größte Kollektion, die ihr jemals rausgebracht habt. Also jedes einzelne Teil ist mit Liebe zum Detail auch erschaffen worden. Und da habt ihr lange dran gearbeitet. Wann sind die Sachen denn jetzt mal endlich zu bekommen? Also, die Kollektion wird circa in zwei Wochen kommen. Also wir werden sie nächste Woche verpacken. Und dann dauert es noch circa eine Woche, bis es im Shop ist. Und ja, es ist auf jeden Fall die größte Line, die wir bisher gemacht haben. Es sind über 70 Teile sind es insgesamt. Und ja, wenn ihr das in den nächsten zwei Wochen auch noch verordert, bekommt ihr diesen Katalog gratis mit dazu. Und ja, macht es einfach. Wenn ich mir die aktuelle Line angucke, dann kann es ja auf keinen Fall sein, dass die Einflüsse, die auf Yukon wirken, so alleine aus dem Sportbereich kommen. Man sieht ja schon zum Beispiel mit der New Wave Jacket, dass da ganz woanders her auch der Einfluss kommen muss. Ist Yukon eine Marke, die man irgendwie für jeden Zweck tragen kann? Also die 24-7-Marke sozusagen und nicht nur zum Skaten gedacht? Ja, also heiraten würde ich vielleicht nicht unbedingt gerade in den Klamotten. Aber es ist schon so, dass wir versuchen, ja, Klamotten für jeden Anlass anzubieten. Also das heißt nicht nur jetzt so speziell Skate-Klamotten zu machen, sondern einfach her zum Weggehen und einfach verschiedene Styles anbieten. Breitere Sachen, engere Sachen. Und ja, es ist einfach eine große Vielfalt dieses Jahr drin. Es ist die, Jona hat eine neue Line, die Silhouette-Line, etwas mehr Körperbeton und es gibt wieder eine neue Frauenleine, ziemlich große dieses Jahr. Und ja, es ist einfach, ich denke mal, für jeden war es dabei. Ich denke auch, also da sollte für jeden was dabei sein. Trotzdem, ich meine, im Extremsport, die Marken, die kommen und gehen. Was lässt euch von Yukon glauben, dass ihr in PIN-TV Folge 100 immer noch dabei seid und wir immer noch von euch berichten können? Folge 100, das wäre in genau 1,92 Jahren, was einem Jahr und elf Monate entspricht. Hoffe ich doch sehr schwer, dass wir immer noch über Yukon reden, weil wir jetzt mittlerweile auch schon fünfeinhalb Jahre Yukon machen. Und das wohl, glaube ich, schon bewiesen haben, dass wir es relativ ernst meinen und dass es uns halt auch sehr viel Spaß macht. Und wir bestimmt in nächster Zeit nicht aufhören möchten und wollen. Und deshalb, ja, denke ich mal schon, dass wir es da noch sehen und hoffentlich eine noch größere und noch fettere Line am Start haben, wie es dieses Jahr ist. Ja, also Jochen, wenn die Line immer größer und immer fetter wird, dann muss ja auch praktisch irgendwie das Team immer größer werden. Weil seit Jahren gibt es nur dich und Jona, ab dir ist es dann noch immer dazu gekommen. Gibt es irgendwelche News ums Team? Also ich habe da so einige Gerüchte gehört. Also ja, das stimmt auf jeden Fall. Wir haben jetzt gerade mittlerweile Kontakt zu ein paar Fahrern und schauen, dass wir da was Neues ans Start bringen. Weil unser Team, ja, also bis jetzt seit fünfeinhalb Jahren, das nur aus Jona und mir besteht. Und wir auf jeden Fall schon länger vorgehabt haben, da was draus zu machen. Und jetzt kommt in, ja, circa drei Wochen die neue Website und neues Team und neue Line, Katalog, alles Mögliche. Und hoffen wir mal, dass da auf jeden Fall einiges geht. Aber ich kann jetzt noch nicht zu viel verraten, weil es ist noch nicht alles sicher. Aber es kommt definitiv was Neues. Ja, dann werden wir uns mal umhören, was es so für Gerüchte gibt und werden auch die PIN-TV-Zuschauer auf dem Lauf enthalten. Wir wünschen euch viel Erfolg für die Zukunft und dass Yukon in Folge 100, 1000 oder wann auch immer noch existiert und wir davon berichten können. Ja, wünsche ich euch auch auf jeden Fall mit PIN-TV. Macht's gut. Die erste Ausgabe war gut und ich hoffe, es geht auch lang weiter mit euch. Und bevor ich es vergesse, wollte ich auf jeden Fall noch alle einladen am 15. Juli zu unserer ISPO Release Party in München. Okay. Ciao. 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 Okay, wir kommen jetzt zu den Web-News und starten voll durch. Und zwar haben wir bei Rack5.com sowie bei Razorskate.com Neues in Sachen Team. Da hat sich super viel getan in Team-Sessionen. Ihr könnt ja einfach mal durchklicken. Sehr sehenswert, muss ich sagen. Dann des Weiteren geht mal auf Velo-Brand.com. Da habt ihr einen neuen High-Definition-Clip von Black Market 2, was übrigens auf der Velo-Seite der Clip of the Week war. Außerdem habt ihr vielleicht bemerkt, dass neben der Homepage von ThePIN-TV auch die ThePIN.de-Seite neu gemacht wurde. Wir haben hier ein neues Outfit verpasst, angepasst an ThePIN-TV, finden wir angemessener, sieht stylischer aus und ja, schauen wir mal, wie es weitergeht mit der Seite. So, hier sind wir wieder in der Games-Ecke. Die mobilen Spiele warten auf uns. Wir haben nicht mehr so viel Zeit, deswegen machen wir die Games jetzt im Schnelldurchlauf. Da haben wir so einige Pracht-Exemplare, zum Beispiel Resident Evil Deadly Silence für den Nintendo DS jetzt zu haben. Saugeile Umsetzung von dem Playstation 1 Spiel von damals, hat Multiplayer-Modus, kann man zusammen spielen. Nicht online, aber trotzdem mit zwei Modulen. Dann Tetris DS, sehr geil, man denkt schon wieder Tetris, langweilig, ist aber nicht so, denn da sind die ganzen Lieder von den ganzen Oldschool-Nintendo-Spielen mit drauf. Und auf so einen kleinen Mario sieht man oben hüpfen und man kann es im Internet zoppen. Also in zwei Sekunden ist man mit dem Netz verbunden, dann zoppt das Teil Wireless gegen andere Leute im Internet. Genauso wie Metroid Prime Hunters, super cool. Endlich die Umsetzung für den DS, in 3D, super gute Grafik, hat unendlich viele Online-Modi, kann man bis zum App-Rechen zocken und der Einzelspieler-Modus ist super cool. Also super geile Grafik, Einzelspieler-Modus hat man zwar ein bisschen schnell durchgespielt, aber ich würde sagen, der Tipp überhaupt für den DS, wenn man mal ein bisschen mit angeben will, was die Grafik betrifft. Und noch als allerletztes, Trauma Center, Under the Knife, ist so ein Operationsspiel, muss man nicht mögen. Ich finde es ziemlich cool, weil man mit dem Stift Operationen durchführen kann, wird aber finde ich auch sehr schnell sehr schwer. Also man muss ein bisschen ehrgeizig sein, ansonsten macht es echt Spaß, wenn man dann irgendwie Wunden nähen kann oder eben auch verarztet. Und dazwischen gibt es noch so kleine Handlungsstränge mit den Krankenschwestern. Eigentlich ganz lustig, würde ich sagen. Finde ich auch, ja. Auf jeden Fall gute Sachen. Und deswegen, alle vier Spiele kann man empfehlen. So, wir kommen jetzt zum Gewinnspiel. Zum Gewinnen gibt es diesmal eine Long-DVD. Aber nur, wenn ihr uns folgende Frage beantworten könnt. Und für welche Real Company fährt Adil Fahuni. Eventuell gibt es Tipps in der letzten Ausgabe von PIN TV. Oder ansonsten guckt euch doch mal gerade an, was der Andi hier drüben so bleibt. Und für die nächste Folge haben wir ein kleines Stigma-Special vorbereitet. Wo wir schon einen Haufen Stuff für euch vorbereitet haben. Also, schaltet euch wieder ein. Es heißt PIN TV. Also, schaltet euch ein. Es heißt PIN TV.